In direkter Umgebung um Markstadt wachsen die Heilpflanzen, welche ohne weitere Zusätze zu Schönberger Heilpflanzensäften verarbeitet werden. Erst wenn der Wirkstoffgehalt passt, wird geerntet. Im weiteren Produktionsverlauf wird die Qualität immer wieder geprüft, nach Bio-Verordnung und Arzneibuch. Denn zwei Drittel der über 30 Säfte haben einen Arzneimittelstatus. Die Pflanze kommt frisch vom Feld und wird direkt verarbeitet. Die Schönberger Philosophie ist so einfach wie effektiv. Der reine Presssaft der frischen Pflanze ohne jegliche Zusatzstoffe als die natürlichste und reinste Art eines Arzneimittels. Durch die schonende Herstellung bleiben so gut wie alle Wirkstoffe enthalten. Die Pflanzenteile werden von Hand, aber unter strengen Hygienevorschriften auf Pressböden verteilt. Mit einem Druck von bis zu 270 Bar wird anschließend der Saft ausgepresst. Für die Haltbarkeit wird er für kurze Zeit erhitzt. Stimmt die Qualität, wird im Anschluss direkt in Glasflaschen abgefüllt. Neben den Säften werden bei Schönberger auch Kosmetika und ätherische Öle abgefüllt. Vom Feld in die Flasche in wenigen Stunden. Das ist die seit fast 100 Jahren gelebte Überzeugung. Die Pflanzen, die Heilkraft, der Saft und sonst nichts.